Hallo liebe Vagefrau, lieber Vagemann, hier ist die Inball von Inballstarrow.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 3. bis 5. April aussehen wird. Das ist fürs Wochenende. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung und den Link zu deiner Monatslegung für April 2020. Jawohl, Jahreslegung 2020 und Monatslegung April 2020. So, let's see. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Vage, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Neun der Stäbe, Königin der Stäbe, Page der Münzen und hier der Teufel, uiuiuiuiui, König der Stäbe, okay, 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 okay. Das ist eine sehr spezifische Situation hier, ist sehr spezifisch. Falls es passt, dann passt es und falls nicht, dann ist das heute nicht eine Legung. Schau dir Mond, Venus, Aszendent an, okay. Hier geht es um einen Menschen, einen König der Stäbe, der eigentlich gerne eine sexuelle Vorliebe dieser Königin der Stäbe mitteilen möchte. König der Stäbe stellt männliche Energie dar, das kann Mann oder Frau sein, in den meisten Fällen ist das ein Mann und Königin der Stäbe ist eine weibliche Energie und das kann auch Mann oder Frau sein, in den meisten Fällen ist das eine Frau. Und dann gibt es noch eben Abweichungen bei veränderten Hormonhaushalten oder je nachdem nach sexuellen Vorlieben. Dieser König der Stäbe, also es ist nicht so, dass er eine andere sexuelle Vorliebe hat. Wenn er vorher schwul war, dann ist er immer noch schwul. Wenn er vorher hetero war, dann ist er immer noch hetero. Um das geht es nicht. Es ist irgendetwas, dass dieser König der Stäbe als essentiellen Teil seiner Sexualität sieht, ihrer Sexualität, falls es eine Frau ist. Und er, sie möchte dir das gerne mitteilen. Gleichzeitig sieht dieser Mensch, wie sehr du sie magst, wie angetan du von diesem Menschen bist und dieser Mensch fühlt sich so ein bisschen, wie ein bisschen so in die Ecke getrieben durch deine Zuneigung. Je näher du diesem Menschen kommst, je netter du bist, desto mehr fühlt sich dieser Mensch in die Ecke getrieben, weil irgendwann bist du diesem Menschen wichtig genug, um eben das eine da, was für sie wichtig ist, im Bett, es geht hier um Sexuelles, dir mitzuteilen. Okay? Es ist irgendeine Vorliebe, das von der Norm abweicht, aber es ist nichts Schlimmes. Ich denke nicht, dass etwas Schlimmes ist. Nö. Nichts Illegales. Nö, nö. Da ist nichts. Fünfter Münzen. Drei der Stäbe. Du spürst, dass dieser Mensch auf Rückzug ist, ha? Du spürst, dass dieser Mensch auf Rückzug ist, aber ich sehe, dass du dich diesen Menschen gegenüber, obwohl sie dir gegenüber so ein bisschen wie abgeneigt reagieren oder verschlossen reagieren, du dich trotzdem sehr offen zeigst. Ich habe hier fünf der Münzen, drei der Stäbe, die zweite Karte hier kompletiert im Sinne der zweiten Karte. Ich habe dann dadurch acht der Stäbe, durch diese drei der Stäbe zu den fünf der Münzen. Auf deiner Seite ist hier sehr viel Kommunikationsbereitschaft und du zeigst dich sehr offen, spüre ich hier. Und du bist energetisch auch sehr offen. Das spürt dieser Mensch, dass man mit dir reden kann. Du bist hier sehr zuversichtlich, dass das kein Problem sein wird zwischen euch beiden. Ich habe hier Ritter der Stäbe und Page der Stäbe. Ich habe die Karten sehr, sehr gut gemischt. Sehr, sehr gut gemischt. Schau mal, was auch immer diese Vorliebe da ist, die sie haben, sie möchten es unbedingt mit dir ausprobieren und die überlegen sich, wie sie dir das mitteilen sollen. Wie soll ich es vage sagen? Ich würde es so gerne mit vage tun, aber wie soll ich es sagen? Und sie spüren deine Zuneigung, sie spüren deine Offenheit, aber sind ein bisschen hier schüchtern, wissen nicht, wie sie es mitteilen sollen. Was wird jetzt hier passieren? Die Hohepriesterin und die Herrscherin. Ich sage es euch, die Karten sind wirklich gut vermischt. Gut, ich kann das hier so machen jetzt. Das ist das Ende der Legung. Ich mische die so. Und da war zigmal, zigmal. Es sollte so kommen, deswegen ist es jetzt so gekommen. Die Hohepriesterin und die Herrscherin. Zwei unglaublich feminine Kräfte hier. Diese Karten vage ordne ich beide dir zu. Erstens wirkst du auf diesen Menschen als eine Frau, als einen Mann, mit der man Geheimnisse teilen kann. Die Hohepriesterin ist sehr geheimnisvoll. Und zweitens sieht dich dieser Mensch, jetzt nachdem sie dir das mitteilen, als die eine, der eine. Sobald sie merken, wie souverän du damit umgehen kannst, bist du on top. Bist du on top für sie. Die haben hier vor, auf dich zuzukommen, weil sie können das nicht mehr zurückhalten. Sie wollen das mit dir erleben, was auch immer das ist. Es ist nichts Schlimmes oder so. Wirklich. Es ist nichts Schlimmes. Lasst euch überraschen. Und ihr werdet da eh souverän reagieren. Ich sehe auf deiner Seite überhaupt nicht irgendwie irgendeine Verschlossenheit oder so gegenüber so etwas. Das ist wirklich nichts. Ich will es gar nicht spannend machen. Es ist wirklich nichts Absurdes. Es ist nichts. Es kann halt sein, dass sie in der Vergangenheit vielleicht mal Ablehnung erfahren haben. Aber das war halt, weil sie es nicht mit einer Herrscherin und Hohepriesterin zu tun hatten wie du. Das ist neu für diesen Menschen. Ich werde jetzt hier von Wider bis Fische bei allen Sternzeichen schauen, wie sie zu dir stehen. Und was vom 3. bis 5. April zwischen euch passieren wird. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendenz sowie Sonnenzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen und die Infos dann als Ergänzung zur Legung hernehmen. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.